Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Windows Kommandozeilen Tutorial Genau, heute geht es um Dateien, letztes Mal hatten wir uns um Directories gekümmert, heute geht es um die Dateien selber So, dazu sind wir mal wieder auf den Desktop geswitcht Ja gut, ich habe einfach direkt weiter gemacht, wo ich letztes Mal aufgehört habe Und ich bin immer noch auf dem Desktop, deswegen mache ich das jetzt nicht nochmal Und wenn es um Dateien geht, sollten wir zuerst mal eine Datei erstellen Seid ihr dann nicht irgendwie derselben Meinung wie ich auch Deswegen packen wir hier einfach mal Hello World in eine Datei namens abc.text So, und jetzt haben wir hier eine Datei namens abc, wie wir sehen können Achtung, meine wichtigen Passwörter, die war logischerweise schon vorher da Und diese abc-Datei, die hat Hello World in sich stehen Wunderbar, das heißt wir haben mit Echo oder Echo, wenn man es englisch aussprechen möchte Einfach eine neue Datei erstellt und den Text hier reingeschrieben Achtung, wenn ich jetzt dasselbe nochmal mache, zum Beispiel Hi World in abc.text Dann passiert folgendes, es wird einfach wieder gelöscht Das heißt, es ist einfach weg, was davor drin stand Und ja, wir haben es halt nicht hinten dran gehängt, sondern wir haben es ersetzt Also wir fangen wieder von vorne an zu schreiben mit diesem Echo Okay, worum soll es heute genau gehen? Und zwar soll es heute um die Datei-Attribute gehen Und so weiter und so fort Also zeige ich euch erst einmal die Datei-Attribute Dazu gibt es ein neues Keyword, nennt sich Attrib Und wenn man am Anfang nicht weiß, was Attrib kann, dann macht man eigentlich immer sowas hier Und dann steht schon da, was wir hier so haben Wir haben hier plus setzt ein Attribut, minus löscht ein Attribut R bedeutet schreibgeschützte Datei A ist eine archivierende Datei Das bedeutet einfach, es muss ein Backup davon geben, wäre nicht schlecht S ist eine Systemdatei Das kennt ihr vielleicht aus den Einstellungen von Windows Ihr könnt unsichtbare Dateien, versteckte Dateien anzeigen lassen Ihr könnt aber auch separat Systemdateien anzeigen lassen Das heißt, es sind zwei unterschiedliche Dinge Ob es ein System oder eine versteckte Datei ist Systemdatei ist nochmal ein Stückchen härter Okay Und ja, der Rest ist irgendwie nicht so wirklich wichtig Okay Dann probieren wir jetzt einfach mal diese Datei hier ABC Uns anzugucken, was die für Attribute hat Dazu sagen wir jetzt einfach mal Attrib Ach, ich gehe einfach mit dem Pfeil nach oben Attrib und ABC. ABC.text So Und jetzt sehen wir hier Dass unsere Datei ABC.text Hat ein A Das ist irgendwie der Standard Es sollte archiviert werden Weil es könnte ja vielleicht verloren gehen Okay Ja Wie kriegen wir jetzt da noch was anderes hin? Naja, hier oben steht es ja schon Plus setzt ein Attribut Also sagen wir jetzt einfach mal Achso, ich könnte euch nur kurz zeigen, wie es mit der aussieht Wir haben jetzt hier übrigens 11 Byte Weil wir halt in dieses Teilchen 11 Zeichen reingesetzt haben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Und 10 ist es Enter, glaube ich, oder sowas Oder es braucht zwei Ja, stimmt, Enter braucht zwei Das ist nämlich ein Backslash N Das sind zwei Zeichen Ups, Alter Das sind zwei Zeichen Deswegen, ja Okay Probieren wir einfach mal Diese Datei Ähm Unsichtbar zu machen Dazu sagen wir Attrib ABC.text Ich bin so Megamäßig faul Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal Attrib Plus Und dann sagen wir hier Was war nochmal versteckte Datei? Das war H Okay Also sagen wir Attrib plus H ABC.text So und jetzt ist sie gerade durchsichtiger geworden Und plötzlich ist sie verschwunden Blöd gelaufen würde ich sagen Wenn wir dir machen Dann taucht sie auch nicht mehr auf Jetzt ist sie weg Nein, sie ist nicht weg Sie ist einfach nur unsichtbar Und um das wieder einzustellen Dass man die wieder sehen kann Müssen wir noch ein bisschen was anderes machen Wir können nämlich mit dir Trotzdem jedenfalls angucken Nämlich mit dir Slash Und dann Aha Liefert uns Alle Dateien Also wirklich nur Dateien Ihr seht die beiden Verzeichnisse Dir sind weggefallen Desktop und Inni Ist auch noch eine versteckte Datei Aber die ABC.text Ist die eigentliche Datei Die wir versteckt hatten Ähm Dann gibt es die Möglichkeit Dir Aha Äh Dir Aha Minus D zu machen Das wiederum Ähm Zeigt uns alle Ähm Versteckten Dateien Aber Nicht die versteckten Unterverzeichnisse Und zu guter Letzt Haben wir noch Dir Minus A Da kriegen wir dann einfach Alles aufgelistet Die versteckten Die nicht versteckten Und so weiter und so fort Also einfach Slash A benutzen Dann habt ihr All So könnte man sich Auch gut merken Aha All hidden A All Ja und Minus D bedeutet einfach Keine Directories Okay Ähm Das heißt die Datei ist immer noch da Wir sehen sie aber hier nicht Und jetzt müssen wir einfach mal blind agieren Und diese Datei wieder sichtbar machen Dazu sagen wir Adrip Ach manu ich muss ja alles selber tippen Adrip Und ähm Jetzt wollen wir was entfernen Deswegen ein Minus Und dann sagen wir Minus H ABC Punkt Text So Und 3 2 1 Die Datei ist wieder da Wunderbar So und jetzt kann es noch sein Dass wir vielleicht was anderes hinzufügen wollen Zum Beispiel Read only Da kann man dann zum Beispiel sagen Ähm Plus R Und was das jetzt gemacht hat Ist folgendes Wenn ich jetzt hier irgendwas einfügen möchte Und dann speichere Dann kriege ich eine Eine Frage Wo möchtest du das bitte hinspeichern Denn du darfst da nicht drüber speichern Die Datei ist nämlich schreibgeschützt So Und jetzt darf ich da halt nicht mehr drüber speichern Das ist im Prinzip einfach nur damit wir die Datei nicht löschen können Und die Änderungen können eigentlich nur verloren gehen Oder in einer anderen Datei gespeichert werden Das heißt das ist quasi dass niemand aus Versehen diese Datei löscht Okay Okay was machen wir jetzt also wenn wir diese Datei trotzdem löschen möchten Naja wir könnten mal probieren Dell Und Dell ist das Kommando zum Dateien löschen Das musste unbedingt ein anderes sein wie für Verzeichnisse Keine Ahnung wieso Dell.text So Zugriff verweigert Okay Also wissen wir Naja das Ding ist schreibgeschützt Also entfernen wir erstmal den Schreibschutz davor wieder Und dann gehen wir her und löschen die Datei Und sie ist weg Tja Ist halt schon hart wenn man sie extra schreibgeschützt macht Und dann ist sie doch am Ende weg Naja Aber immerhin musste man jetzt zwei Schritte gehen Und konnte nochmal reflektieren Ob man wirklich diese Datei löschen möchte Okay Ihr erinnert euch wahrscheinlich auch noch wie ich diese Datei erstellt hatte Zum Beispiel Echo High All In eine ABC Punkt Text So Das hat eine Datei erstellt Jetzt ist erstmal die Frage wie kann ich hinten dran was erstellen Ohne dass ich das jetzt gerade lösche Dazu einfach hier statt nur einem Macht ihr einfach zwei von diesen Dingern High All Second Line Oder sowas So Und wenn wir uns jetzt diese Datei angucken Dann sehen wir Dass wir eine High all Second Line Hinter die erste Zeile Eingefügt haben Super easy Und ja Also zwei Striche machen ganz nach hinten Ein Strich ersetzt den Inhalt Vorsichtig sein Ist hier natürlich auch wieder wichtig Denn es gibt kein Zurückbutton Oder sowas Also wenn ihr das gemacht habt Dann ist entweder alles weg Oder es ist was hinten dran Und ja ihr wisst nicht mal Ob das wirklich funktioniert hat Oder nicht Es sei denn Ihr wollt es natürlich angucken Angucken Type Und ABC Punkt Upsala Text So Mit Type ABC Punkt Text Könnt ihr den Inhalt von irgendwelchen Textdateien lesen Aber Das ist jetzt in Windows nicht allzu wichtig Weil man ja da immer drauf klickt Was aber durchaus wichtig ist Ist dass dieses Dieser kleine Pfeil hier Für alle Kommandos funktioniert Die wir hier haben Also dieses Echo High all Wenn ich da keinen Diesen Diesen Pfeil nicht rein machen würde Echo High all Würde einfach genau das tun Es würde High all Ausgeben So Aber durch diesen Pfeil Wird meine Ausgabe umgeleitet In eine Datei namens ABC.text Und Dieses umleiten Das funktioniert auch Zum Beispiel mit einem Dir-Kommando Dir In ABC.text Wenn wir jetzt unsere ABC-Datei wieder aufmachen Dann steht hier plötzlich Der komplette Output von unserem Kommando Dir Steht in dieser ABC.text Datei Sau mäßig cool Und ja wie gesagt Das funktioniert mit allem Wenn ihr hier jetzt Zwei Pfeile hin macht Dann wird es hinten dran Gehängt Wenn ihr nur einen macht Dann ist es ersetzt Okay Soviel dazu Und ich hoffe es hat euch mal wieder gefallen Und wir hören uns beim nächsten Mal Bis dann Ciao Ciao